So, da sind wir wieder zur zweiten Folge. Jetzt kriegt Vipro eine rein. Jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt werden wir sehen. Ja, hier ist es schön. Hier ist es gut. Du brauchst gar nicht wegfahren, komm. Ich bin jetzt die Defensa, mein Freund. Jetzt pass auf. Gott, was ist denn das alles hier? Die arme Katze, ey. Jawohl, das Schild ist gleich weg. Oh, mal zwei. Nein, lass das liegen. Eigentlich kannst du mich jetzt nicht treffen. Was? Natürlich knallt er mir gleich 40 rein. Ja, Monde sind gut. Ich hätte hier mal so Arenen reinbauen können, wo sich was bewegt, wo du mehr Herausforderungen hast. Oh, so bewegte Objekte, das wäre nicht schlecht. Ja, probieren wir es einfach nochmal so. Ja! Nein! Oh, scheiße! Das wäre nicht gut ausgegangen. Das wäre gar nicht gut. Ja, was macht die Hexe? Oh, oh. Was ist das denn? Du hast immer noch Schild. Das gibt es doch gar nicht. Jawohl, das Loch gefällt mir. Da machst du irgendwas falsch. Was habe ich denn hier noch? Da ist das Liegendes, will ich haben. Ein Blitzer, die kenn ich zu gut. Die sind geil. Das ist nochmal eine Fury. Oh, scheiße. Hundert! Jawohl! Also das Loch gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist noch nicht Neujahr. Noch nicht. Komm schon! Jawohl! Aufsache, mein Kollege hat für über 600 Euro Baller gekauft, Mann. Jetzt echt? Ja! Alter! Der hat auch Klasse 3 auspolen, Mann. Ah, das tut weh. Das tut weh. Nein! Gott sei Dank. Nein! Geh weg! Wind, hopp! Was? Nein! Das hab ich nicht gesehen! Ähm! Sehr gut! Was? Boah! Na, probieren wir nochmal Fury aus. So ein Feuerball! Was hast du da überhaupt für eine Position! Ich hab keine Ahnung, gefällt mir ganz gut hier oben! Ach! Na, wenn das jetzt nicht nix wird! Aua! Ja! Ja! 68! Äh! Äh! Houston, wir brauchen mal hier kurze Unterstützung! Äh! Position schicke ich ihn gleich rüber! Oh nein! Ja, da ist super! Da ist super! Ach! Oh! Ich raste aus! Ich glaub nicht drauf, klar! Houston, das war ein Fehlschutz! Ich wiederhole! Ah! Ja, was wollen wir denn jetzt? Mal sehen, was die Böse hätte gekonnt! Du gibst mir nur 100 der Schellen! Hahaha! Ey, das war 66, keine 100! Ah! Es tut trotzdem weh! Ah! Was warnt das jetzt? Ach! Bipro ist ein richtiger Cliffhanger ohne Nitz! Guck dich mal! Oh ne, ich häng ab! Geiler geht's nicht! Nichts hält mich hier auf Boden! Hahaha! Was ist ein Bröckchen? Was?! Oh! Hahaha! Größer! Sorry! Ich hab mehr, aber! Das wirbt mir jetzt hier ein bisschen zu bunt! Hahaha! Hahaha! Du brauchst erst mal wieder die Schwitze auf! Ja, damit du nicht mehr so um die Ecke schießt! Ich kann sie auch! Hahaha! Toll! Danke! Oh Mann! Ja, jetzt komm ich endlich an das Ding dran! Oh ja, Brachen sind okay! Kann man machen! Okay! Oh! Oh! das wird erst mal gefeiert party hard party hat alles 36 er knapp als doppelter drei woche rein was ist ein eigentlichen magnetoid ja noch mal ein paar oder alle alles klar ja kommt stimmung man hat das letzte mal eigentlich erst selbst eingegezockt erst vor kurzem und wie ist das besser ja kannst jetzt helikopter bauen fahrzeuge also motorräder autos das konnte ich bei mir auch noch wo ich das mal gezockt habe aber mir war performance relativ scheiße noch wenn ich in große städte bin und so was kaum schlübar ich habe die grafikeinstellung einfach ohne und dann ging es ohne mein rechner würde es zwar von der leistung erfangen aber ich weiß nicht wenn ich oben steht das leckt das todes schönes erdbeben ja immerhin zehn sind zehn waren mal waren das die guten ja alter 80 ich muss ich jetzt weg also alles oder nichts last schuss ich raste aus ja ist ein fliegendes schau gut nacht gibt es auch nicht zwölf ap noch ok pass auf redis weiß die map ist doch relativ kalt gehalten und so ich mach dir mal ein feuer geht noch jetzt hat er mal zwei wieder da ja damit ich auch sicher treff ja das ist liegt natürlich am level ganz klares ding wenn man was der level anguckt schild hat er ja auch noch als darf man muss man alles berücksichtigen 75 na das ist ja klarer fall die klären aufs kill hier aber jetzt war hier zwei neue rein ja hab also leute bis zur nächsten folge ich gehe mit dem wibros team ich weiß nicht warum aber ja wir sehen uns haut rein